Hallo Linda, schön, dass du wieder bei uns bist. Ja, ich sehe, Kaffee hast du ja auch schon, dann können wir ja starten. Im Handwerk arbeitet man ja oft sehr praktisch und sehr körperlich, anders als vielleicht bei Bürojobs. Finde ich, ist für mich so ein Vorteil. Was fallen dir denn noch so für Punkte ein, die für das Handwerk sprechen? Ja, jeder Alltag im Handwerk ist anders. Es kommt immer darauf an. Ja, mit welchem Kunden habe ich heute zu tun? Welches Werkstück fertige ich heute an? Auf welcher Baustelle bin ich heute unterwegs? Also der Alltag im Handwerk ist sehr abwechslungsreich und man hat mit vielen verschiedenen Menschen zu tun, ist immer in Bewegung. Und ich denke, ja, das macht das Handwerk auch aus. Wie ist denn das zum Beispiel so mit Benefits, also mit Zusatzleistungen, die vielleicht vom Unternehmen angeboten werden? Ja, da kann ich natürlich jetzt nicht für alle Betriebe sprechen. Das hängt natürlich immer von jedem Einzelnen ab. Aber ja, so wie ich das bei uns mitbekommen habe, viele Betriebe bieten dem Azubi mittlerweile auch schon ein Diensthandy an oder unterstützen beim Führerschein. Ja, bieten verschiedene Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an oder Lernunterstützung. Also da gibt es viele verschiedene Dinge, die man dann natürlich auch bei einem Vorstellungsgespräch erfragen kann. Ja, das ist vielleicht super wichtig auch für die Schüler zu wissen und sich dann mal so vorher Gedanken zu machen, was bietet mir das Unternehmen eigentlich und was ist mir so wichtig, weil das Unternehmen gibt ja schon so ein paar Benefits, die eigentlich ganz cool sind. Auf jeden Fall, wenn es Zuschuss zu den Fahrtkosten ist. Genau. Das Handwerk ist ein wichtiger Motor der deutschen Wirtschaft. Das heißt, ein Beruf im Handwerk ist ja eigentlich immer gebraucht, oder? Auf jeden Fall. Das Handwerk ist ja die Wirtschaftsmacht von nebenan und das Handwerk wird immer gebraucht, wie du gerade auch schon gesagt hast. Und ja, gibt es auch auf der ganzen Welt. Überall auf der Welt werden Häuser gebaut, überall auf der Welt. Ja, gibt es Menschen, die die Haare geschnitten bekommen möchten oder ja, Unterstützung brauchen, sei es im Bereich der Hörakustik oder Augenoptik oder Zahntechnik. Also mit einem Handwerksberuf, wenn man den erlernt, kann man eigentlich überall auf der Welt arbeiten. Das muss man sich mal vorstellen, wenn es das Handwerk nicht gäbe, was dann hier so los wäre. Also eigentlich können wir ja gar nicht darauf verzichten. Ich meine, wer baut die Häuser, in denen wir wohnen? Wer baut die Straßen, auf denen wir fahren? Wer schneidet uns die Haare schön? Und wer backt uns auch irgendwie das Sonntagsfrühstück? Das machen ja alles Handwerker. Genau, das gehört alles zum Handwerk dazu. Dann könnten wir auch hier nicht an dieser Theke stehen. Das Handwerk ist unverzichtbar und wird immer benötigt, auch in der Zukunft. Nochmal zum Ausbildungsbetrieb. Also ist der eigentlich sauer, dann, wenn ich nach meiner Ausbildung wechseln würde oder weggehe? Sauer, schwierig. Würde ich jetzt nicht sagen. Natürlich bildet ein Betrieb dich dann aus, damit du dann später auch dort weiter arbeitest und die ganzen Betriebsabläufe dann schon kennst. Du bist aber nicht verpflichtet, nach der Ausbildung auch in dem Betrieb zu bleiben. Das steht dir dann nach deiner Ausbildung ganz frei, ob du in dem Betrieb bleibst oder dir einen anderen Betrieb suchst. Ja, wo wir gerade schon beim Weggehen sind quasi, du hast es einmal schon mal angesprochen, das Ausland. Wenn es mich jetzt in die Welt hinaus zieht, kann ich das denn mit so einer Handwerksausbildung auch einfach machen? Auf jeden Fall. Du kannst zum Beispiel auch schon während deiner Ausbildung ins Ausland gehen. Das hängt dann natürlich immer ein bisschen von dem Betrieb ab und auch von der Schule, die du besuchst. Das ist während deiner Ausbildung schon möglich. Aber ja, mit der Ausbildung in Deutschland im Handwerk, die ist auch international sehr angesehen. Das ist quasi ja ein Freifahrtschein, sagt mein Kollege immer, um auch auf der ganzen Welt zu arbeiten und sehr angesehen. Ja, wie wir schon gesagt haben, Handwerk braucht man tatsächlich überall. Und wenn ich in dem Bereich irgendwie noch Fragen habe, dann kann ich doch bestimmt auch einfach mich an euch wenden und dann mal anrufen und fragen, wie das so aussieht. Auf jeden Fall. Meine vier Kollegen und ich, wir stehen dir gerne beiseite für all deine Fragen und beraten dich gerne, unterstützen dich auch gerne. Kannst du dir derzeit bei uns anrufen. Klingt für mich auch insgesamt total nach guten Aussichten. Also vielen Dank, dass du mir die Welt da ein Stück eröffnet hast und mir gesagt hast, was da so im Handwerk eigentlich so los sein kann. Gerne. Dankeschön. Gerne. Nachrichten. Israel. Bis zum nächsten Mal.